Ich will das nicht hören! Ich halte das nicht mehr aus! Ich wünschte, ich hätte dich nie geboren! Rauf! Rauf! Ja, und deshalb will ich keine vier Kinder. Ja, Leute mit vier verlieren den Verstand. Das Kreischen, das Brüllen. Manchmal gehen sie ins Gefängnis, um endlich mal zu schlafen. Oh, oh, das war's im Anmarsch. Ich muss einen Rülpsnießfurz machen. Oh, oh. Hey, also du musst mir beibringen, wie das geht. Rülpsnießfurz? Ja. Das ist einfach, du fängst mit nem Rülpse an, dann lässt du's in der Nase krippen, ziehst kurz hoch und dann Kockenfurz, garantiert.